ein wunderschönes hallo und willkommen bei franklin und gta 5 wieder wo wir jetzt zu der nächsten mission von lester flitzen mal sehen was er möchte und was machen die hier bitte alle es wird noch keine scheinwerfer kaputt so wo ist denn der lester ok ich kann dich nicht wegramm hier ist er doch irgendwo ja ich fahr mal richtig bekloppt durch die gegend und ich hab die cops gott ok hier kann die nicht stehen bleiben so cops bitte verschwindet na los weg na das ist ein stern so und hier klingelt irgendwo ein telefon okay you know redwood cigarettes sure the cigarette that built america they've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment cost of thousands of emphysema sufferers there are four corrupt jurors on redwood's books i'll send you the details oh and we only have a few hours to make them disappear the court cases tomorrow morning is that all dog shit that's quite a favor and that's quite a house you're living in get this done quickly and i'll try to throw in a sweetener as well now i'd advise picking up some long-range hardware to get this job done you'll be helping a lot of people with this franklin including anyone who might have a sizable investment and say debonair cigarettes aha was lösche diese nachricht oh ist mit zeitvorgabe ich halte den geschworenen aus ok das mache ich doch mal oh alle zielpersonen innerhalb des zeitlimits ob ich das hinbekomme oh der fährt und auch der sack okay oh 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 Ja! Ich hab ihn. Oh, auf zum nächsten. War auch gar nicht auffällig. Kommt jeder mit der AK. Ballert erstmal den, äh, Muskelprotz da weg. Macht ja auch jeder. Ist ganz normal. Den hab ich wieder nicht gesehen, weil ich auf der Karte geguckt hab. Ah, der ist über einen Kilometer weg. Ich weiß auch nicht, wie viele kommen. Aber ich vermute mal mindestens drei. Aber ich hab auch so ein hässliches Auto, das ist nicht so schnell. Das war knapp. Den hab ich gerade noch so gesehen. Hä? Auf dem Segelboot. Äh. Ich hab ja einglückten Snipergewehr. Nein, der ist trotzdem nicht so gut. Ach da. Ich hab ihn. Was, über zwei Kilometer weg. Oh. Ich hab ihn. ja jetzt muss ich da wieder hochfahren so wird man zeugenlos obwohl sie keine zeugen das sind ja geschworene zeugen sind ja noch mal was anderes so hoffentlich ist es der letzte obwohl er könnte da kommen bei der zeit alter sind schon viel in der nacht hier unterwegs so wo ist denn der wo ist der bitte ja fahr mich an verstehe gerade nicht wo der ist irgendwo oben hä wollen die mich verarschen ach da noch einer nur noch drei minuten und der zwei kilometer weg so der scheiße das wird extrem knapp da habe ich gerade bei dem bisschen getrödelt es wird knapp wenn ich noch ein paar mal jetzt war hier du karre man das ding hat vor der antrieb und hört sich beinahe wie ein elektroauto an oder ich täusche mich total es lässt sich nicht mehr so gut lenken ja da da muss sie auch gegen verkehr kommen immer ist immer so ja ihr wichser mein gott zwei kilometer ach ein kilometer und zwei minuten oder das ist nicht gut ich kann doch nicht einfach abkürzen weil ich denn hier irgendwo unten im canyon lande oder so was macht ja hier fährt ja hier ja auf dem motorrad jetzt kommt du blöde auto ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn wirklich nicht gedacht dass ich hundert prozent jetzt habe ich was habe ich denn jetzt dazu bekommen ach meine güte ein p mit ein fragezeichen dran ein komplettes fragezeichen und das haar noch aber wir fahren hierher weil das ist nicht ganz so weit weg meine güte da war nur eine minute irgendwas glaube ich aber lässt hat im moment keine mission mehr ist eigentlich ganz gut weil ich will mit franklin erst mal so weit wieder abschließen dass ich michael oder treffer spielen kann weil treffer der ist am coolsten da kommt michael und da kommt franklin so weit war das doch gar nicht der diese scheiß strecke ich zieht sie in die länge ob man nun mal ein schild abgebrochen sieht komisch aus worte fack wird ist mehr noch nie passiert ok ein wunderschönes hallo gib mir dein auto und dann steige ich wieder aus und nehme mir diesen ford tt oder er ne er fährt nicht weg ja gleich mal eine dalle drin und die tür ab oh ja der hat speed drauf so da bin ich mal gespannt wer war denn p ich weiß das schon gar nicht mehr hoffentlich nicht der foto spaß sie die r ja wir w traberfeld ist aber chan kann man sich auch pity Oh crap, that hurt. Man, you're not gonna believe this. They wanna do a reality series about me. What? Yeah, it's true, man. I'm gonna be big. I'm gonna be huge, right? It's all about the incredibly glamorous life I lead. Huh? Oh, good. Yeah, boy. Oh, yeah, boy. Yeah, except, you know, while I'm doing that, I'm gonna need somebody else to take some shots for me. Nah, I'm cool on that, dawg. Oh, come on, dude. Come on, homie. All right, look, just if you get a chance, right? I mean, there's no rush, okay? Oh, and what I'll do is I'll send you a list of names and some links so you can see who they are, right? Yeah, whatever, man, all right. Excellent. Yeah. Hey, you know, and I promise you, fame won't change me one bit. Yeah, I was afraid you would say that. Ah! Oof! Ah! I'm good! I'm good! I'm okay! Ah! Everything's good! Ah! Yeah. Ah! Was war das jetzt? Muss ich das verstehen? Ich kann sogar die anderen Sachen anklicken? Das war doch eben keine Mission Hm Der merkwürdig Dann fahren wir halt zum richtigen Fragezeichen, du Wichser da Ja Der kriegt noch nicht mal einen Hydranten weg Na, ja, hier lang Ich fahr richtig Ja, man kann das Auto auch verkanten Mein Gott, das ist ein Tick zu schnell für mir und dann auch noch dunkel alles Ja, das ist ein Tick zu schnell Was? Das crazy motherfucker Lamar Hasn't got you killed yet? No, not yet He must be slackin' He's always slackin' He's a fool, bro Yes, sometimes Anyway Talking of fools What would you say if I told you some fools I knew we're running a little racing competition And this luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it Ich sag, geh 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 Bronze medal da He 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 Auf Franklin Das weiß ich alles schon gar nicht mehr Aber irgendwie Ja klar, das wartet doch Das hatte ich doch abgebrochen und nicht gemacht Okay, let's go Weil mit dem Auto, was ich hatte, äh, niemals hätte ich das geschafft Aber mit dem Auto hier müsste das eigentlich gehen Wenn die mich nicht wegschieben würden, oder Oder ich werd mich verlenken Ja, hier war eine Stelle, da war ich auch irgendwie raufgefahren Aber bisher sieht's ja noch ganz gut aus Ja, ein Verlenker Und dann fährt mir auch noch einer rauf Wie viele Runden sind eigentlich? Ich habe keine Ahnung Die haben mir ein Rücklicht kaputt gemacht, die Sekte Das kostet doch alles Geld Diese Wichser Okay, zwei Runden All is klar Ich glaub, bei den Rennen hier hatte Sarasa und Gronkh Die hatten auch zwei, drei Anläufe, glaub ich Glaub ich Habe ich sogar gesehen, glaub ich Aber die hatten auch nicht so ein gutes Auto Aber diesmal habe ich mir ein ganz gutes Tier schnappt Aber die beiden haben's denn doch, doch neu schafft Da ist dann Sarasa gefahren So So Es darf mir bloß kein Fehler noch passieren So Bloß nirgendwo gegenfahren Da ist das Ziel Da ist das Ziel Bäm Bestanden Hm 84% Achso Naja Besser als nichts Franklin kann ans Straßenrennen teilnehmen Achso Will ich aber nicht Und ich fahre Und ich fahre Jetzt ist ja glaube ich nur noch das H Und halt diese bekloppten Bereiche Aber die mache ich jetzt nicht Ja Ja Ist nun noch Das H Und das ist die Hauptmission Und dann werde ich hier auch noch Schluss machen Und wir machen im nächsten Part die Hauptmission Denn Was ist das denn Was ist das denn Aha Dieser Idiot Schnappschüsse von Hä Was will er denn Jetzt habe ich hier noch mehr Dinger Ich wollte mir doch verarschen So Leute ich mach jetzt den Part Schluss Und im nächsten Part fahren wir zur Hauptmission Und lassen dieses andere Links liegen Ja Haut rein bis zum nächsten Mal Ciao